Bäckerei und Konditoreiprodukte vom Feinsten. Das bietet die Bäckerei Löber in bereits vierter Generation. Beste Rohstoffe bilden die Basis für hochwertige Backwaren, die vorwiegend in Handarbeit erzeugt werden. Brote, Brötchen, süße Stückchen, Kuchen oder Torten. Handwerklich geformt oder mit Motiven künstlerisch verziert. Nach überlieferten Rezepturen garantieren sie besondere Geschmackserlebnisse. In sechs Filialen wählen Kunden aus einem breiten Sortiment, das je nach Jahreszeit mit saisonalen Spezialitäten gespickt ist. Highlights sind köstliche Lebkuchen, deren Teige bereits ab Juni reifen. In unterschiedlichen Formen und Geschmacksnuancen haben sie ihre Fangemeinde, einschließlich vieler Firmen, die außergewöhnliche Weihnachtspräsente suchen. Traditionelle Backkunst aus Meisterhand, das garantieren Christine Penow und Familie Löber mit ausgezeichneten Bäckerei- und Konditoreispezialitäten aus der Wetterau.